So, hat man gar nicht gemerkt, dass ich da ein kleines Schnitt gemacht habe. Äh, ich will mal ganz kurz was probieren. Und zwar, wo ging das? Ah, genau. Okay. Moment, das soll ich jetzt... Das muss wahrscheinlich mit Slash eingeben, gell? Ich teste gerade. Warte, ich lasse mich mal kurz testen. Das habe ich gerade... Gift-Tree-Dock. Ich bin zu blöd für sowas. Naja, ich wollte gerade ein bisschen abkürzen, weil ganz ehrlich, so jetzt 100 Treeox oder so was wir noch brauchen zu erfüllen, hätte ich jetzt ein bisschen ätzend empfunden. Deswegen dachte ich, man könnte es vielleicht abkürzen, aber geht leider nicht, also müssen wir das wohl tun. Tja, Pech gehabt. Es wäre zu deinem eigenen Wohl gewesen. Ja. Da war ich aber jetzt anscheinend zu blöd für. Egal, nicht so schlimm. Ja, ich weiß, es bin eigentlich nicht der Cheater, aber ich meine, mich jetzt hinzustellen und einfach mal 500 Holz zu sammeln mit der doch recht aufwendigen, ist ja nicht unbedingt gleich. Da dachte ich mir gerade, okay, kann man vielleicht mal ein Auge zudrücken, aber irgendwie scheint es nicht ganz zu klappen, was ich mir da durchgelesen habe gerade. Ja, ich habe gerade dieses Google-Ding besucht, da habe ich mal geschaut, wie das geht. Alter, bin ich das Ding kaputt gegangen. Ich habe gerade das Ding kaputt gegangen. Ich mache das hier einfach mal mit Bäumen. Wow, krass. Gib mir all diese Baumstämme. Weil ich die Welt nach Stämme durchkäme. Ich frage mich, ob das, wenn man die aufeinanderfallen lässt, die Bäume, ob die denn kaputt gehen. Weil der eine scheint jetzt irgendwie kaputt gegangen sein, weil der andere auf ihn draufgefallen. Das wäre natürlich ziemlich cool. Wir könnten uns dann natürlich ein bisschen Arbeit vielleicht sparen. Ich nütze halt wirklich jeden Backjau aus, um irgendwie nicht jeden Baumstämme schleppen zu müssen. Ich bin schlimm, ich weiß. Geh mal hier hoch. Also mal jetzt auch noch unser Hütchen, gell. Unser Hütchen. Geh mal hier her. Du musst da aussetzen, schalke ich den hinteren Baum gerade? Ich glaube, ich stehe da rein. Hä? Jetzt muss ich mir erklären, warum der Baumstämme zerflogen ist. Der eine gerade. Ich verstehe das Spiel manchmal nicht. Wie geil. Wie geil. Ah, die Baumstämme. So, du auch noch. Oh, das hat ihr so gemacht. Ich habe heute gearbeitet und jetzt nehme ich auf und morgen habe ich frei und da muss ich dann Torteil aufnehmen. Ich brauche das Display morgen und ich brauche Torteil morgen. Wir sehen nämlich das jetzt auf und Torteil dann morgen früh gleich, denn wenn ich alles so hoch ändern muss, dann muss ich noch für Flockdorf das Video machen. Boah, ich fähre so nach momentan. Aber wir haben ja jetzt endlich mal Zeit für eine längere Saison Session. Wichtig. Und da war noch was. Da war noch was. Und da war noch Blume. Neh mal mit. Egal. nein mit dem ich bin auch zerkloppt hier ok da konnte ich gerade irgendwas mit dem mann aber jetzt geht es nicht mehr das ist sehr beschämend ich hätte es gern mitgenommen wie viel haben wir das wird nicht reichen drum wird weiter geholzt wir hätten vielleicht wirklich ein betal bauen müssen da wäre das haus nicht so ja wie es jetzt dein ernst ist das ernst gerade ich habe gerade f2 angemacht weil ich glaube mit f2 kann man fliegen ja mit f2 kann man fliegen okay gut alter habe ich ein schwein dass ich diesen back diesen heck kannte schau uns unser haus da mal von hier oben an oder wie seht ihr das so das ist echt optimierungsbedürftig aus ne könnte schon was schönes daraus werden wir müssen irgendwie dieses riesen steinfundament da halt irgendwie wegkriegen das sieht mega hässlich aus so gut dass ich wusste wie man fliegt weil sonst wäre das glaube ich jetzt hätte ich glaube ich hätte auf einmal abgebrochen weil jetzt noch mal alles neu zu zocken wir haben nicht gespeichert zwischendrin äh ich weiß gar nicht gespeichert der automatisch moment ah der speichert automatisch okay gut dann wäre das auch egal gewesen äh favoriten dann machen wir uns mal haben wir nicht unter favoriten gespeichert gern bäms machen wir uns mal 3 das wäre gegangen gehm egal ähm wir nehmen erstmal jetzt die mit und gucken mal was wir damit erreichen haben wir die auf der 3 oder so eventuell nicht bäh was i e so 4 und die steine auf die 5 wieder ach aua das hat weh weiß gar nicht was passiert wenn man nicht stirbt aber theoretisch sollte eigentlich nichts passieren theoretisch in der praxis kann man nie wissen so dann wollen wir mal weiter bauen lalalala normalerweise macht man es auch so man kümmert sich immer um die außeneinrichtung und dann um die innereinrichtung aber hätte ich gar nicht die geduld dafür ähm hier kommt dann jetzt folglich wieder sowas drauf klack und klack und klack genau bis hier und dann wäre hier wieder zeit für sowas ich will das nicht ständig über minecraft machen aber das geht ja ganz viel einfacher hier so sehr schön dann die 5 wie weit ist denn hier das weiß ich noch gar nicht hm das ist eine neue frage hier mal natürlich dass man nicht weiter weil hier kommt dann ein normales dach drauf ich hier weiter machen weil sie auch noch nicht ähm ja dann kann das aber eigentlich hier moment schaffen wir das da war es gerade na komm schon brrr er baut sich dran ähm ok wenn das dann so ist huch nein bin ich da gar nicht wenn das dann so ist dann müsste man das natürlich beibehalten und müsste dann sagen hier wird es so gebaut so sehr schön das hat mich runter gefallen ich weiß gar nicht ob man sich hiermit festkrallen kann oh wenn ich mich an der mauer festhalte dann passiert mir nichts ok gut schön zu wissen komm ich da hin oh sehr schön ich komme da anscheinend gerade so hin noch und das ist meine vorräte alle oder habe ich noch was da habe ich noch 64 so dann gehen wir hier mal hoch ist hier so ein bisschen einfacher hier und noch da dran bauen sehr schön geht doch ich kann das auch so machen zumindest mal gucken wie es aussieht und dann sowas kann man eigentlich damit auch machen das ist erstmal kein problem ja wenn wir das denn so machen hier dann müsste das ja wieder so sein man fliegt ziemlich schnell hier fehlt wieder was äh müsste man dann hier so anbauen dann müsste man rein theoretisch so klack 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 und hier müsste dann so kann man das einfach machen das ist auch kein problem war ich besorgen ja genau so was passiert wenn man versucht zu cheaten super toller toller typ bin ich toller typ es ist es genau so was passiert wenn man sowas macht das seht das mal wieder liebe Freunde da seht das mal wieder es ist katastrophal ok da ist scheinbar noch ganz gut zu laufen sooo ich weiß gar nicht warum ich bei dem spiel so ungeduldig bin muss ich gestehen ob es wirklich daran liegt dass man sich hier so wenig sagt man mal selber erschaffen kann also man hat so will ich wirklich so den fortschrittsgefühl ich glaube es macht einen so ein bisschen ungeduldig also mich in dem Fall hm ich weiß es nicht kann ich gar nicht sagen ich brauche es auf jeden fall erstmal wieder ein paar blöcke und zwar ist damit gemein ich meine hier dreimal und dann davon noch die frage ist jetzt welche Art mach ma es zu ich dachte man kann vielleicht flache herstellen die